Du siehst mich nicht? Oh, das ist jetzt doof. Also, was sagen? Ich hack deine Kamera, sonst will ich mal hacken. So, wo soll es denn lang gehen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, okay, okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Äh, das sieht auch ganz gut aus. Ah gut, hat mir sehr viel abgenommen. Ich hab mir wirklich sehr, sehr viel abgenommen. So, ich brauch jetzt mal so eins. Genau, und dann... Ich noch. Ich glaub, es ist auch zu schön gewesen, wenn wir schmuggeln. Guck mal was drin ist. Ich hab alles weggeschmuggelt wahrscheinlich. Die Forschungskamera sieht wie eine ganz normale Kamera aus. Glaubt man diesem Artikel aus einem Magazin, das ich abgestaubt habe, kann man mit ihr genetische Codes analysieren, biologische Strukturen bestimmen und noch eine ganze Menge andere studierte Sachen bamoto. Was? Was? Oh Gott! Weil einfach überall was ist. Okay. Das ist sehr schwer. Naiss Alter herr je Boah, bitte sag mir jetzt nicht, da ist irgend so ein kaputtes Ding dazwischen. Nee, Gott sei Dank. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, wir müssen uns was anderes machen. Nein. Da bin ich. Da? Ja. Dann bin ich nach da und dann möchte ich nach da. Okay. In jeder Ecke so ein blödes Ding hier. Boah. Scheiße. Ich befolge dich. Ich vernichte deine Verwurterin. Komm mal um die Ecke. Genau. Oh, ja. Hi Leute, ist das hier ein Stress? Äh, ich wünsche. Nein, ich... Danke. Danke. So. Evidenz. Ja, wir hatten es ja vorhin mit Unfällen. Wir hören, dass sie die passenden Schilder auch haben. Wie? Und finde ich immer gut. Ach, hier haben wir die Kamera. Alles klar, den ersten Mal. Fotografiere Gegner mit der Kamera, um sie zu erforschen. Jeder Gegnertyp hat ein einzigerartiges Set verschiedener Forschungsboni. Versuch ein Foto von dem Splicer auf der anderen Seite der Scheibe zu machen, wobei du das Motiv zentrierst und heranzoomst. Er ist gut. Du hast die Kamera. Jetzt machen wir ein paar Fotos von den Spinnensplicern. Die brauche ich für meine Forschungen. Du brauchst gar nicht anzutanzen ohne... Okay. Hochwertige Forschungsaufnahme. Splicer erforscht. Forschungsbonus für Spider-Splicer. Erhöhter Schaden plus... Spider-Splicer sind anfällig für Antipersonen-Munition und Elektrizität. Ist ja interessant. Zu wissen. Ich muss drei Fotos machen? Oh Herr! Ich hab dich für Geld verraten! Und was hab ich jetzt davon? Ist also ne Waffe offiziell. Also ich würde die eher Captain Hook Splicer nennen und nicht Spider-Splicer, aber naja, wer bin ich schon? Verdammt! Ich bin allein! Ich auch! Security Bullseye. Nerven diese verdammten Sicherheitskameras? Markieren sie ihre Feinde mit unseren... Was? Äh... Fotoelektrischen Insekten. Ist aber so ein total cooles deutsches Wort. Und schon sind die Kameras und Geschütze ihre besten Freunde. Holen sie sich Security Bullseye. Noch heute. Ja, äh... Bin voll. Verdammtes Ding! Schaden, Niedheitsmenge sind anfällig für Antipersonen-Munition und Hitze. Man ging auch nicht. Heming Arten wird im Wolfgang Markt unternehmen zu hoffen. Nichen church. F-Wisx3 Hufe Zwerаг. Beidee lyn DevOps glaube ich den einfachen StП. Wiss 바� survivor. ziehen wir durch. Mit exterminieren. Obau oriented precipit trickswertes Geld das sind aus ec Trekken. Das war's für heute. das geht da kann man was ja ja missionsautomat na gut hacken wollte ich ach komm ich versuche es einmal ob gott das sieht ja schon nach stress aus gut gott oh gott oh gott oh gott das ist ja schon mal doch stress pur hier habe ich habe ich schon verkackt habe ich habe ich jetzt verkackt jetzt haben wir haben eigentlich von allem ja das lohnt sich nicht ich habe doch gedrückt ich habe doch mensch als ob nicht alles schon schlimm genug wäre jetzt hat auch noch unsere wasserversorgung ein weg so wie es aussieht das bewässerungssystem von akkadia dringt mehr wasser als wir diese stadt gebaut haben habe ich zu mr ryan gesagt entweder bauen sie sie wie eine badewanne oder sie wird früher oder später ein abwasserkanal er meinte nur ein mcdonough wir werden gewiss keine badewanne bauen wir bauen einen gang die 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 schmierende ne sex es es note vielen was noch ne Kann ein männlicher Mensch auch als weiblicher Mensch wieder geboren werden? Wo bin ich hin? Unten bin ich, das passt perfekt. Und dann brauche ich noch mal so ein Ding. Was ich nicht kriege. Okay, dann machen wir's... Auch nicht... Ja, wie jetzt? So eins brauche ich. So eins, dann... Hat es vielleicht... So eins haben. Ganz gerne so eins. Ganz gerne so eins. Und Glück überhaupt, wie kompliziert. Du glaubst, du kannst mich austexten. Du hast mich dann zu gezogen. Oh. Habe ich aus Versehen einige qualmt? Natürlich aus Versehen, ne? Also, ne? Rauchen ist schlecht. Ich habe nur aus Versehen gefallen. Du bist doch ein kleiner. Hahahaha! Da... Da ist das Wind. Da war's denn nicht der Einzige. Ja, das ist nicht der Einzige. Das ist nicht der Einzige. Die Welt ist nicht der Einzige. Ah, vielleicht soll ich eher so noch ein bisschen greifen, um die Waffe. Äh, Film! Klingt gut. Oh, die Riegel kommt mal um mitnehmen. Heilen wir uns ja. Oh, Alter! Kann die mal Baba halten? Hm, ich glaub, da komm ich nicht ran. Oh, Entschuldigung, äh, werte Dame. Einmal lächeln. Bonus-Action-Foto. Bäh. Scheiße. Ich bin hab mir total vergessen. Blöde scheiße, Kamala. Oh, das war dämlich. Oh, das war dämlich. Nee, das geht ja auch nicht. Ach, oh Mann. Jetzt. Nicht. 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 Denken wir hoffentlich erst auf meine Seite. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, das war's für heute. Sünder verbergen sich im Dunkeln. Mein Gericht, bitte! Wird eigentlich auch was, wenn ich die jetzt von dem Kaffee gehöre? Okay. 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 Okay.